Komm mit mir in der Cinema, dort findet man, was einmal war, die Liebe. Liegt meine Hand in deiner Hand, ganz übermannt im Dunkel, trompetet wo ein Elefant, urplötzlich aus dem Dschungel, und schnappt nach uns aus heißem Sand auf seiner Filmenseide ein Krokodilweib, hirnverbrannt, dann küssen wir uns beide. Ich liebe sie, die entspannend gedankenleere Stunde des Flimmerspiels, den dunklen Raum, der Sensationen verspricht, das flüchtige Bild, das schon davon eilt, bevor sich uns noch der ganze Abgrund seiner Gehirnlosigkeit eröffnet hat. Wenn der Schatten auf der Leinwand die Lippen öffnet und wie Bileams Esel Worte findet, mag es auch die etwas verzerrte, unnatürliche Sprache der Maschine sein, sehe ich doch immer wieder mit einem nicht wegzuleugnenden Vergnügen einem Dialog entgegen, dessen Naivität immer aufs Neue überboten wird, der seine Schlagworte aus dem lavendelduftenden Spind einer alten Jungfer geholt zu haben scheint. Ich liebe die weite Reise im Armfoteuil, die nur einige Groschen kostet, keinen Ärger, keine Mühe, keine Enttäuschung kennt und die mich, gepäcklos wie ein Vogel, die leidige Heimat überfliegen lässt. Kinematograph Der Saal wird dunkel Und wir sehen die Schnellen der Ganga, Palmen, Tempel auch des Brahma, ein lautlos tobendes Familiendrama, mit Lebemännern dann und Maskenbällen. Man zückt Revolver, Eifersucht wird rege, Herr Piefke duelliert sich ohne Kopf. Dann zeigt man uns mit Kiepe und mit Kropf die Älblerin auf mächtig steilem Wege. Es zieht ihr Pfad sich bald durch Lerchenwälder, bald krümmt er sich und dreuend steigt die schiefe Felswand empor. Die Aussicht in der Tiefe beleben Kühe und Kartoffelfelder. Und in den dunklen Raum, mir ins Gesicht, flirrt das hinein, entsetzlich, nach der Reihe. Die Bogenlampe zischt zum Schluss nach Licht, wir schieben geil und gähnend uns ins Freie. Abends ging ich hin. Ich habe eine alte, tief eingewurzelte Liebe zum Kitsch. Es war hinreißend. Aus dem Programmheft ging hervor, dass dieser Film auch einen Inhalt hat. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Manchmal schwamm die Leinwand in Sentimentalität. Zirkusmädchen bekamen Kinder, begruben dieselben und weinten edlen Fürstensöhnen nach. Komm, Mem, was heißt hier Drama? Der Affe, der herrliche Affe. Er spielte still und routiniert, wie ein alter Kinoschauspieler. Nur viel besser und nicht so prätentiös. Die große Szene hatte ihre Qualitäten. Der Affe nahm das Kind, ein wirkliches, schreiendes Bündel, das sich hier und da bemerkbar machte, und kletterte einen ungeheuern Schornstein damit hoch. Mir ist es ja herzlich gleichgültig, ob das geschnitten oder kaschiert oder echt ist. Als ich es sah, war es für mich echt. Und das ist die Hauptsache. Der Kinodirektor Hier im Kino seid ihr jenseits der Erde. Gut und bös des Lebens sind ja nichts als ein Reflex, wie schwarz und weiß auf dieser Leinwand. Nichts ist. Alles ist. Einen Groschen hat doch jeder. Einen Groschen hat sogar der Limonadenhändler übrig. Und das Dienstmädchen darf es sich auf sein Trinkgeld leisten. Ich schenke euch die Schöpfung Gottes. Das Paradies ohne Schlangen und Apfel. Flucht dem Skeptischen, der lächelnd an die Leinwand klopft und sagt, das ist ein weißes Tuch. Flucht diesem Lügner. Denn das ist das Leben. Das reellste Leben. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens. Groschen. Und schön.